Wenn ihr auf deinem linken Fuß steht, dreht ihr nach links, entgegen dem Uhrzeigersinn. Steht ihr auf dem rechten Fuß, dreht ihr mit dem Uhrzeigersinn. Eine Vierteldrehung, starte ich mit links. Links schließen, drehen. Rechts schließen, drehen. Links schließen, drehen. Das Ganze geht. Halben Umdrehungen. Links schließen, drehen. Rechts schließen, drehen. Links schließen, drehen. Rechts schließen, drehen. Wenn wir drehen, nehmen unsere Beine immer zusammen. Und wir drehen zuerst mit dem Oberkörper und dann spiralisieren wir uns nach unten weiter. Step, close, spiralisierung, top. все, ja. Vielen Dank.